4,5 Jahre, wo hast du Heinz kennengelernt? In der Sauna. In der Sauna. Wie heißt die Sauna? Die Rauin-Siemenstadt, die heißt Sportzentrum Siemensstadt. Sportzentrum Siemensstadt. Wir merken, es klingt schon sinnlich. Gut, also, Sportzentrum Siemensstadt. Okay, und wo habt ihr euch das erste Mal geküsst? Wirklich? Sagt er dann doch nochmal zurück zum Kiesteig in allen Orten. Klingt ein bisschen wie ein Tatort. So, also. Und dann geht sie rein. Und das war nicht dumm. In der Sauna vom Siemensstadt-Sportzentrum. Da sitzt sie da. Auf einmal wird ihr klar. Der da oder keins? Heinz. Bei Trüffelpasta Kommt man sich näher Und auch langsam wird der Heinz zum echten Hilde-Versteher Und er sagt, komm Hilde Jetzt koch mich richtig weich Und führ mich noch ein letztes Mal Zum Kies-Kies-Teich Bis zum Kies-Teich ship-тиi Musik